Heyho, der Vorbuddler begrüßt euch wieder zu einer neuen Folge, wir spielen Minenarbeit. Das Spiel, was wir hier verwenden, heißt Minecraft. Sehr zu empfehlen, ein schönes Spiel, ein wunderbares Spiel. Ich muss euch allerdings sagen, ich habe Angst. Wir sind hier ganz unten am Bedrock, in der Tiefbohrung. Und, ja, ich habe Angst, dass mir jetzt wirklich Lava entgegenkommt, bei jedem Schlag, den ich hier so tue. Das ist der Bedrock in meinem neuen Texture Pack 1.3, was wahrscheinlich jetzt auch fertig sein wird, wenn ihr dieses Video hier seht. Ich werde da noch, glaube ich, ein bisschen dran verfeinern. Ich wollte den mal einfach ein bisschen düsterer haben und irgendwie komisch. Ich bin da noch am Testen. Jetzt mache ich mich einfach mal hier in die Gefahrenzone auf. Wie gesagt, Texture Pack, könnt ihr unter www.minenarbeit.de-tp alles darüber erfahren. Warum und wieso und weshalb und inwiefern. Und, ne, wie ich dazu stehe und, äh, was auch mein Psychotherapeut dazu sagt. Und, äh, alles andere, ja, ich stehe doch halt da, ne. Mensch, wir sind echt tief. Das ist ja schon so mehrere Lagen Bedrock übereinander. Es ist völlig gefährlich. Es ist völlig gefährlich, ja. In diesen Tiefen finden wir natürlich, wenn wir Glück haben, auch schnell mal Diamanten. Würde ich mich ja jetzt wirklich mal drüber freuen. Es gibt Situationen, wenn, wenn man, äh, Let's Plays dreht, ähm, die sind dann sowas von, ja, überraschend. Und, ich gucke jetzt auch gerade mal, ob ich auch wirklich auf Aufnahme gedrückt habe. Nicht, dass mir hier jetzt gerade etwas passiert. Ein Fail. Äh, ich sprach gerade davon, ja. Und, was finden wir? Diamanten. Bevor ich den erhole, gehe ich jetzt echt auf Nummer sicher. Ah, das kann ich nicht machen. Doch, kann ich nicht machen. Ah, ja, ja. Jetzt ärgere ich mich doch wieder, weil ich wieder kein Holz dabei habe. Ich würde jetzt gerne eine Werkbank bauen und, ähm, und eine Kiste, wo wir dann unsere wertvollen Sachen, die wir hier finden, schnell hinbringen können. Darum geben wir kein Risiko ein. Ich bin jetzt völlig baff, ja. Also, äh, ich habe gerade gesagt, Mensch, es wäre ja schön, wenn wir jetzt auch mal irgendwie mal ein bisschen Diamanten finden würden, endlich mal. Das ist ja jetzt hier was, was ich folge, boah, 62 oder sowas, wenn nicht sogar noch, noch sogar 61, ne. Und, äh, prompt in dem Augenblick erscheint Diamant. Das sind jetzt natürlich auch mal positive Erraschen. Und letzten Mal, in der letzten Folge, wisst ihr noch, bin ich ja wirklich ein paar Mal gekillt worden. So völlig überraschend, ne. Äh, unerwartet. Natürlich, wo, wo wohl? Ja, natürlich wieder vor unserem, unser Haustür, Haupteingang, ja. Aber, äh, es ist, ist halt unbezahlbar. Minecraft bietet solche Situationen, ich glaube, kein anderes Computerspiel bietet einem solche Situationen. Solche Spannung, Spielspaß, ne, und gute Unterhaltung. Was hab ich hier gerade vor? Ich geh wieder weg und lass die Diamanten da unten, ne, weil ich total Schiss hab. Ah, ich hab echt totale Schiss jetzt mit den Diamanten. Ich weiß noch nicht mal, ob draußen Tag ist oder Nacht und Schimmer vor, ich werd unten von Lava gekillt. Ihr brauchen auch, ne, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt mal richtig. Wir machen das jetzt mal richtig, pass auf. Wir machen das folgendermaßen, äh, nämlich richtig. Ähm. Ja, holen auch einen Eimer Wasser. Oder wenn, sogar zwei, und dann nehmen wir noch einen leeren Eimer mit. Und, äh, dann machen wir uns wieder da unten hin. Aus dem einfachen Grunde, weil, ja, hier ist, könnte man welches nehmen, ne. Aus dem einfachen Grunde, damit wir uns löschen können. Wenn man, wenn man da unten rumbuddelt, sollte man sich immer, äh, Wassergruben in der Nähe bauen, ja. Äh, ja, ich guck mal, ob draußen... Vielleicht haben wir jetzt ja Glück, es ist, es ist ein bisschen hell. Vielleicht schaffen wir es auch, vielleicht ist es auch dunkel, wir haben trotzdem Glück, ja. Und wir schaffen das dann auch so nach Hause, es ist, es ist duster. Bricht der Tag an, oder geht er gerade, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich laufe jetzt einfach durch nach Hause. Hier in diesem Tunnel möchte ich gerne eine Eisenbahn bauen. Das kann ich euch jetzt nebenbei einfach mal so sagen. Also ich hoffe, ihr seid nicht geschockt, ja, durch diese News, ja. Äh, die Eisenbahn ist mal irgendwann fällig. Ich habe auch schon viel, viel Eisen, ne. Das ist ja eigentlich eine Silberbahn. Ähm, hier können wir mal reingucken. Das ist schon eine ganze Menge. Und auch Gold haben wir schon gefunden. Diamanten sind ja sogar auch. Äh, ich wusste, habe ich schon inzwischen völlig vergessen, dass wir auch schon Diamanten gefunden hatten. Egal, egal, völlig egal, völlig egal. Ich bin jetzt gerade so im Diamantenfieber. Ich nehme jetzt zwei Eimer. Die werde ich mit Wasser füllen. Äh, gut. Und dann wollen wir Holz mitnehmen. Oder am besten, wir haben ja eine Kiste noch. Nehmen wir noch eine Kiste mit. Und, äh, eine Werkbank. Eine Werkbank und trotzdem Holz. Ähm. Nehmen wir uns einfach hier so Holz mit. Ja, das reicht. Ja, doch. Na, nehmen wir das alles mit. Das kann ja dann in die Kiste. Äh, Kohle erstmal wieder hier lassen. Ja, da finden wir ja auf jeden Fall in der Höhle noch jede Menge Kohle. Die Grunds schon wieder, also ich weiß jetzt auch nicht. Oder ich höre schon Gespenster, ne. Das kann natürlich auch gut sein. Bei meinem Geisteszustand momentan. Ich bin völlig im Diamantenfieber jetzt. Also völlig. Ich sehe nur noch so Diamanten überall. Ah. Ich bin völlig aufgelöst. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen. Wasser wollten wir auch mitnehmen. Wasser wollten wir doch in die Eimer füllen. Warum ist das die... 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 Ganz locker. Wozu hat man so einen schönen Strand? Wenn man den nicht zur Erholung benutzt. Naja, schön. Schöner Strand ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist ein Strand. Sagen wir mal so. Hat Sand und Wasser. Jetzt haben wir auch Wasser. Die Kuh lassen wir jetzt mal am Leben. Jetzt kann es aber nur wirklich losgehen. Schnell zurück. Ja, ihr seht schon. Also hier hätte ich gerne eine Eisenbahnschiene drin. Und zwar auf dieser Seite. Ich weiß auch schon, wie ich das so ungefähr plane. Ah. Ja, es ist natürlich doof. Ich glaube, es müsste mit den Boostern noch gerade noch hinhauen. Ein bisschen Gold haben wir gefunden. Die sind zu teuer. Definitiv. Die Booster. Kann man nichts machen. Ist nun mal leider so. Auf dem Server ist das immer sehr schön. Da kann ich ja dann Booster ohne Ende bauen. So, jetzt wo war es denn? Auch mal hier vielleicht Waffe ziehen. Mal gucken. Großräumig die Gefahrenzonen umlaufen. Es ist noch relativ dooster. Das sage ich ganz ehrlich. Aber gut. Ein bisschen Risiko muss sein. Ich werde jetzt auf der halben Höhe dieser Tiefbohrung haben wir doch so Kohlenflöße ausgehoben. Und diese Räume könnte ich doch jetzt verwenden, um da... Ich glaube, da war noch weiter unten ein etwas besserer Raum. Moment. Hier, glaube ich. Ja, ja. Der ist ein bisschen... Den lässt sich jetzt mal eben schneller ausbauen. Muss ja jetzt nur ein bisschen provisorisch sein. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Aber ich sage das nicht laut. Erde rein. Und dann machen wir hier mal folgendes. Schnell eine Kiste hingestellt. So. Und da lassen wir auch die wichtigen Materialien gleich da. Jetzt wollte ich nun mal eben schon mal ein wenig Holz herstellen. Also eine Werkbank zum Beispiel bauen. So. Und dann hat man das auf Vorrat schon mal dabei. Werkbank einfach mal hier hingeklatscht. Ich überlege gerade, ob ich auch irgendwie ein Bett hier unten brauche. Nö. Nö, warum? Hier sieht man ja nichts vom Tag. Die Eisenohren kommen weg. Redstone natürlich. Das Holz brauchen wir hier nicht. Den Koppelstein können wir auch hier lassen. Das Holz können wir hier lassen. Die Eimer nehmen wir jetzt bitte schön nach unten mit hin. Und da baue ich mir jetzt, äh, zwei Wassergruben. Oh, ich freue mich so über die Diamanten. Das ist so schön. Was ist das denn hier? Mach mal weiter weg alles. Mach mal alles auf. Hau mal hier alles weg. Was ist das denn da für ein Loch? Ist das dauernd? Hast du da irgendwie so die Slots noch voll? So, jetzt aber. Ah, ganz unten. Diamanten. Diamanten. So, wo machen wir das denn jetzt mit der Wassergrube? Ähm. Natürlich schlecht. Nö, 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 nö. So, am Eingang, so, damit man das auch schnell findet. Kann ich das hier weghauen? Das ist natürlich, ah, hier könnte das gut hin. Hier könnte das schon mal gut hin. Ja. So. Da kann man reinspringen und sieht man schnell, ja, sieht man schnell, dass man... So. Zur Rettung. Ne? Ähm. Gut, dann können wir erst mal... Ich sag... Ich würde jetzt mal sagen, wir holen uns den Dreck. Haha. Und es sind natürlich mehrere. Hoho. Gefahr, Gefahr. Oh. Ne, ne? Leute, das ist der Fünfte. Also. Das ist ja unglaublich. Das war jetzt sehr schön. Also, das war jetzt wirklich mal ein Erfolgserlebnis. Was wir über längere Zeit jetzt noch besprechen werden. Ich werde euch jetzt also die nächsten 25 Folgen immer was von diesen Diamanten erzählen. Bis ihr es nicht mehr hören könnt. Ich bringe die sofort weg. Gar kein Vertrag, ne? Sofort in unsere... Kammer hier. Fünf Stück tatsächlich. Hab erst gedacht, ich träume. Ja. Ja. Dann würde ich mal sagen, jetzt geht's zurück an die Arbeit. Ich habe jetzt vor, den Raum hier unten einfach, ja, bis zum Gehtnichtmehr zu vergrößern. Ich denke mal, erst mal machen wir den einfach auf dieser Höhe hier weiter. Da kommt mir ganz viel Geröll entgegen. Das ist mir verdächtig. Ja. Das ist... Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Auf den Redstone stelle ich jetzt einfach immer... Einfach immer hier so... Wie heißt die Dinger, die so leuchten und heiß sind? Ne? Und... Dann werden wir mal sehen. Ja, wir müssen auch nach oben so ein bisschen... Wir sind sehr tief jetzt also schon. Also bis jetzt noch keine Lava. Aber wo... Moment, das sage ich jetzt nicht so laut. Also weil sonst... Haben wir den Diamanteffekt. Das ist im gleichen Moment, wir dann überschüttet werden mit Lava. Jetzt... Jetzt kommt die ja auch von oben. Ist natürlich auch so... Dass wir auch... Ja, ich möchte hier auch gerne mal... Also zu tief wollte ich den jetzt auch nicht machen. Ich fange nochmal von vorne an hier. Und haue hier nochmal... Achso, da muss man aufpassen wegen der Treppe. Das geht weg. Das auch. Ja. Fangen wir mal da an. Äh... Den Stein weg zu hauen. Sehr cool. Oh, Diamanten. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich cool. Ja, mit der Diamanten... Mit den Diamanten, das ist natürlich super. Das macht uns reich, ne? Und glücklich. Boah. Ja, und ihr wisst natürlich, dass wir eine Slimehalle benötigen. Sofern wir mal irgendwann, äh... Sticky Pistons anfertigen wollen. Brauchen wir natürlich Slime. Und, äh... Die kriegst du im Singleplayer ja nur, wenn du Slimes findest. Slimes sind so lustige Mobs. Ja, ich finde die sehr lustig irgendwie. Äh... Die entstehen aber nur in großen Höhlen, ähm... In Bedrock-Höhe. Jetzt hab ich hier, glaub ich, doch die Treppe kaputt gehauen. Ne, das geht noch. Das geht noch. Also deswegen müssen wir jetzt hier mal so ein bisschen... ...den Raum ausbauen. Vielleicht können wir dann mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nicht nur tolle Ressourcen finden, wie hier. Höh, schon wieder so viele. Also ich bin ja kurz davor, mich kaputt zu lachen, ne? So viel Glück hatte ich, glaub ich, in der ganzen Let's-Play-Serie noch nicht. Wunderschön. Ja, Slimes, ne? Die sind echt cool. Ist schwierig zu bekommen. Wurde etwas, äh... War eine lange Zeit ja wirklich überhaupt nicht im Spiel zu finden, eigentlich. Sind erst seit einiger Zeit wieder dabei. Grüne, würfelartige Viecher, die sich... Ja, die immer größer werden. Ne? Und die, wenn man die... Wenn man einen großen zerhackt, dann kommen da ganz viele kleine bei raus, die dann auch wieder wachsen. Ne? Man muss sich dann also ein bisschen beeilen. Man darf sie auch nicht, nicht irgendwie mit einer Diamant, äh... Mit einem Diamantschwert töten, weil die dann sofort... Ja, dann werfen die eben keine Schleimbälle ab, ne? Und die Slime-Balls, die braucht man halt unbedingt, weil die klebrig sind. Und da kann man dann Sticky-Bissens draus bauen. Wunderschön. Das ist ja doll. Habe ich mich erschreckt. Ja, ich glaube, den Boden lasse ich jetzt noch die Höhe hier, ne? Damit das auch irgendwie... Klappt. Weiß nicht, welche Richtung zuerst. So. Ja, das wäre noch zu klein für, für Slime... Für eine Slime-Möhle. Das kannst du noch vergessen. Ich habe Angst, dieses Geröll wegzuhauen. Zum Grunde, weil ich befürchte, dass da vielleicht Lava drüber ist. Und die mir dann so ganz schnell entgegenkommt. Probier das jetzt trotzdem mal einfach. Man merkt das meistens dadurch, dass dann plötzlich so ein... ein Lichtschein da rauskommt. Ganz unerwartet. Aus so einem Loch, was man da buddelt. Und dann ist natürlich klar, huiuiui, da ist dann irgendwie... Lava drüber. Und ja, wenn man dann anfängt zu brennen... Deswegen immer daran denken... Äh, so ein... Wasserbecken zu bauen. Ich habe jetzt so die Hoffnung... Dass man hier vielleicht doch nochmal ein paar Diamanten findet. Oder irgendwas anderes. Das dauert jetzt ein bisschen. Ach, wisst ihr was? Ich würde mal einfach sagen... Ich mache hier so ein bisschen weiter. Und wir sehen uns dann gleich. Ich muss jetzt sowieso eine neue Hacke bauen gehen. Äh, ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, dann lade ich mal erstmal ein bisschen aus, ja. Ich habe ein bisschen was getan unten. Äh, einige hacken, verbraten. Oh, schon kiste schon was voll. Bisschen Kohle gefunden. Ja, viel ist nicht mehr rumgesprungen. Ich habe ein paar Ressourcen jetzt noch... aufgewühlt, ja. Die werden wir jetzt mal eben holen. Ähm. Da brauchen wir eh keine Steine. Aber hier muss ich mal ein bisschen aufpassen, wenn ich hier runterlaufe oder hochrenne. So, das habe ich bisher geschafft. Ähm. Da, die Ecke soll noch weg. Jetzt nehme ich erstmal hier die... Das Silbermitte. Ah, gut. Dann werden wir jetzt auch einfach mal die... kostbare Hacke verwenden. Macht ja nix. Redstone. Was ist das denn? Das donnert sogar unter der Erde hier. In Minecraft ist alles möglich. Ja, und ich bin auch mal sehr gespannt, ob hier, äh, Slimes irgendwann mal spawnen werden. Die werden nicht spawnen, solange wir hier so sind. Man muss da, äh, 24 Meter irgendwie Abstand haben. Bevor die spawnen. Und die spawnen natürlich auch nicht überall. Es geht, sondern nur auf speziellen Chunks. Sofern... Bin ich mal gespannt, ob uns das hier gelingt. Ach komm, ich hau jetzt hier einfach mal weiter. Shit war drauf, ne? Auf die kostbare Hacke. Wir wollen hier ein bisschen weiterkommen. Zumindest ist es so weit, bis, äh, bis oben die, äh, Kiste mal voll ist. So. Da müssen wir die nämlich mal zurückbringen. Ah, das ist ja noch Redstone. Das hab ich irgendwie noch gar nicht bemerkt. Also, über Slimes würde ich mich sehr freuen. So, mal sehen. Wenn's dann gar nicht klappt nach ner Zeit, müsste ich vielleicht mal irgendwie so ein Tool benutzen. Da gibt's, äh, solche Tools. Da kann man sein Level eingeben oder sein Seed eingeben, die man benutzt. Und die Koordinaten, auf denen man so gerade ist. Und dieses Tool sagt einem dann, äh, ob da Slimes spawnen können und spawnen werden oder eben nicht, ne? Weil es ist halt ein bisschen verteilt. Also, wir sind jetzt wirklich, äh, ja, so 60 Meter unter der Erde und trotzdem hören wir den Donner noch so ganz klar, ob das so gewollt ist. Äh, ich bin auch sehr überrascht, äh, dass wir bisher überhaupt noch keiner Lava begegnet sind, ne? Schöner Raum inzwischen schon. Ach da. Gerade da, wo Redstone ist, ist, äh, Lava natürlich nicht weit. Normalerweise. Ja, ich lass ja nicht mal hoch. Jetzt werden wir nicht von Lava überschüttet. Pass auf. Nein, es ist gut gegangen. Schön. Ja, ich wollte jetzt mal die obere Reihe des Bedrocks so als Fußboden belassen. Da kann man einfach besser durch den Raum rennen. Ne? Kann man auch nur ein bisschen höher machen, aber das mach ich lieber von oben. Ich find's mal so unbequem, nach oben so zu kloppen. Ach so, den, das müssen wir uns auch noch holen. Nicht vergessen. Ja, okay. Ah, da kommen wir noch ran. Okay. Sonst wäre ich jetzt nach oben gelaufen. Das mach ich aber trotzdem mal mit dem nach oben laufen. Äh, geht ja hier so wunderbar, ne? Äh, wo ist der, die Decke ist da. Da machen wir ab da auch wieder einen Raum. Das ist jetzt völlig blöde, weil ich da jetzt... Moment, muss man vielleicht anders ran über... hier so rüber. Ja, dann buddel ich die hier nämlich auch auf. Das find ich viel bequemer, als, ähm... Boah, die Hacke ist fast, fast weg, ne? Ne, komm, das mach ich jetzt nicht. Die brauch ich ja noch für irgendwelche Schätze, die wir hier eventuell finden. Ja, äh, wo geht's lang? Ach so, Moment, Moment, Moment. Ich hab mir jetzt auch irgendwie die... meine Treppe kaputt gemacht. So geht's ja wohl nicht hier. Erde. So. Und so, jawoll. So geht's weiter, richtig. Und hier sind wir dann auch endlich wieder oben. Boah, so viel Redstone. Meine Güte nochmal. Das ist ja richtig viel. Ja, gut. Ich würde sagen, ich baue mir nochmal neue Hacken und, ähm, hab ja alles da, ne? Und dann mach ich mal noch die nächste Etage und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in alter Frische natürlich, ne? Und dann auch mit richtig so fetten Oberarmen und so von der ganzen Hackerei. Ja. Ich würde sagen, macht's gut bis dahin. Äh, vielen Dank fürs Zugucken. Guckt auf minenarbeit.de für alle möglichen News rund um Minecraft und meine ganzen Projekte. Bis dann. Macht's gut. Ja. Vielen Dank.